Ich werde nun ein paar dieser Frühmenschen vorstellen. Aufgepasst, ich spreche manchmal Latein. Australopithecus afarensis. Die leben vor 3,6 Millionen Jahren in Ostafrika. Es sind die ersten, die den aufrechten Gang beherrschen. Ihre Fußabdrücke wurden bei der Ausgrabung der berühmten Archäologin Mary Leakey entdeckt. Die Forschung geht davon aus, dass wir alle von derselben Frau abstammen und nennt sie Black Eve. Vor 60.000 Jahren beginnen auch sie aus Afrika aufzubrechen und treffen auf die Neandertaler. Was bei diesen Begegnungen abläuft, ist nicht überliefert. Fakt ist aber, wir alle haben Neandertaler-Gene. Fakt ist auch, dass am Schluss nur noch Homo sapiens übrig bleibt. Alle anderen sind ausgestorben. Homo sapiens heißt übersetzt der verstehende Mensch. Naja, Homo migrans ist treffender. Immer weiter, immer höher, immer schneller. Nichts hält sie auf. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Und für euch geht es weiter in der Ausstellung. Viel Spaß! 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3...